Hier ist extra 3, die einzige Satire-Sendung mit Christian Ehring. Ganz, willkommen zu extra 3. Dankeschön. Herzlichen Dank. Angelo Westerwelle habe ich auch eine Karte geschrieben und ich weiß gar nicht, wo ich die hinschicken soll. Haben Sie den nochmal gesehen in letzter Zeit? Der ist irgendwie gar nicht mehr da. Der war früher dauernd auf dem Bildschirm, hat immer dazwischen gequakt und jetzt ist er abgetaucht. Also, liebe Zuschauer, wenn Sie diesen Menschen hier irgendwo sehen, bitte melden Sie sich. Er könnte inzwischen aber auch so aussehen. Oder aber so. Ne, so. Unser Guido. Hier sehen wir ihn jetzt nochmal, wie wir ihn alle in Erinnerung haben. Ein Lied von Dennis Kaup und Marieke Schmidt-Glenewinkel. Auf dem Dreikönigstreffen hinter den Mauern der Oper der Stadt steht eine Nervensäge, wie sie noch keiner gesehen hat. Du hast ja recht, aber du hättest es doch ein bisschen vornehmer formulieren können. Ach nö. Ein niedrigeres, einfaches und gerechteres Steuernystem. Immer nur Steuern senken. Wirtschaftspolitische Schizophrenie. Dieser Staat hat Geld wie Heu. Gebrochene Wahlversprechen. So schaut man die Fünf-Prozent-Hürde doch nie. Hey, hey, hey. Er war der blau-gelbe Schleimer. Hey, hey, hey. Er war der Heuchler der Stadt. Versprochen gehalten. Hey, hey, hey. Er war so hoch auf der Leiter. Doch dann fiel er ab. Doch dann fiel er ab. Was Schlimmeres als unseren Laden gibt's überhaupt nicht. Er musste schnell in die Klinik. Er hatte die Umfragewerte so satt. Sie brannten wie Feuer in seinen Augen. Er fühlte sich einsam und unendlich schlapp. Hey, hey, hey. Er war der blau-gelbe Schleimer. Hey, hey, hey. Weiter regieren wird knapp. Das ist eben die Arroganz der Macht. Hey, hey, hey. Die FDP ist nicht einfach. Ja, ja. Und dann fiel er ab. Ja, dann fiel er ab. Das verschläge ich euch. Das verschläge ich euch. Vielen Dank.